Hallo Freunde! Stellen Sie sich ein Auto vor, das Spitzentechnologie nahtlos mit zeitlosem Luxus verbindet und neu definiert, was es bedeutet, mit Stil zu fahren. Hyundai's neueste Innovation, der 2025 Grandeur, tut genau das. Diese Flaggschifflimousine, die am 5. Juni auf den Markt kam, soll neue Maßstäbe auf dem südkoreanischen Automobilmarkt setzen und ein Fahrerlebnis bieten, das nicht nur luxuriös, sondern auch in jeder Hinsicht fortschrittlich ist. Der 2025 Grandeur ist mehr als nur ein Auto, er ist ein Statement für Eleganz und Innovation. Eines seiner herausragenden Merkmale ist der Spurfolgeassistent 2, der jetzt bei allen Ausstattungen Standard ist. Dieses fortschrittliche Sicherheitssystem wurde mit einer größeren Reichweite für die Frontkamera und einer verbesserten Lenkkontrolle erweitert, wodurch sichergestellt wird, dass die Spurhaltung reibungsloser und zuverlässiger ist als je zuvor. Hyundai's Engagement für Sicherheit wird in diesem Upgrade deutlich und bietet Fahrern beispiellose Unterstützung auf der Straße. Für diejenigen mit einem Sinn für Raffinesse bietet die Kalligrafie-Ausstattung des 2025 Grandeur etwas wirklich Besonderes, ein exklusives Black Exterior Package. Mit diesem Paket können Besitzer ihr Fahrzeug mit einem auffälligen schwarzen Kühlergrill und Emblem personalisieren und das Erscheinungsbild des Autos auf ein neues Niveau moderner Eleganz heben. Hyundai's Liebe zum Detail und sein Engagement für die Kundenzufriedenheit werden durch die Einführung der Lenkradgriff-Erkennung, die jetzt bei allen Ausstattungen Standard ist, weiter unter Beweis gestellt. Diese Funktion unterstreicht Hyundai's Reaktion auf Kundenfeedback und seinen Antrieb, im wettbewerbsintensiven Markt für Luxus-Otos die Nase vorn zu behalten. In einer Welt, in der sich die Technologie rasant weiterentwickelt, hält der Grandeur 2025 mit erweiterten drahtlosen Software-Updates Schritt, darunter Verbesserungen der Klimaanlage. Das bedeutet, dass ihr Fahrzeug immer mit den neuesten Fortschritten ausgestattet ist und so Komfort und Sicherheit gewährleistet. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie ein Vibrationswarnsystem für den Gangwechsel in Lenkradform und ein eingebauter Feuerlöscher unterstreichen Hyundai's Engagement für ein sicheres Fahrerlebnis. Trotz der beeindruckenden Palette an Upgrades ist der Preisanstieg für den Grandeur 2025 minimal, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Liebhaber von Luxus-Otos macht, die sowohl Qualität als auch Erschwinglichkeit schätzen. Insbesondere die Calligraphie-Ausstattung sticht mit ihren zusätzlichen Funktionen hervor, darunter ein Head-Up Display und neu gestaltete Sitze aus Napperlieder, die ein außergewöhnliches Preis-Leistungsverhältnis für diejenigen bieten, die das ultimative Luxusniveau suchen. Zur Feier der Markteinführung bietet Hyundai eine Sonderaktion für Kunden an, die den neuen Grandeur im Juni kaufen und bis September liefern lassen. Dieses zeitlich begrenzte Angebot umfasst kostenlose Reparatur und Ersatz für äußere Schäden innerhalb des ersten Jahres oder bis zu 20.000 Kilometern, was neuen Besitzern einen zusätzlichen Mehrwert und Sicherheit bietet. Mit fast 40 Jahren Erfahrung und über 113.000 verkauften Einheiten allein im letzten Jahr ist der Grandeur weiterhin ein Bestseller und wird von vielen auf dem südkoreanischen Luxusautomarkt geliebt. Der Grandeur 2025 baut nicht nur auf diesem Erbe auf, sondern steigert es noch weiter und bietet ein Fahrerlebnis, das sowohl luxuriös als auch zukunftsweisend ist. Dies ist mehr als nur ein Auto, es ist die Zukunft des luxuriösen Fahrens.